Musik Es ist ein großes Konzert hier in Hamburg und da werden wir auch gleich darauf Bezug nehmen. Aber wie kamen Sie auf die Idee, hier eine Ausstellung mit Heidi Kabel zu machen? Ja, Heidi Kabel hatte uns vor 20 Jahren angeraten, eine Sammlung aufzubauen. Und heute ist also der erste Todesdach von Heidi Kabel. Und insofern haben wir uns gesagt, wir machen da mal eine Sonderausstellung draus. Und wir haben tolle Bilder gesammelt und die werden wir unseren Fernsehzuschauern jetzt auch gleich zeigen mit musikalischen Grüßen. Denn ich persönlich habe ja auch mit Heidi Kabel gesungen und da gibt es ja auch einige Bilder zu, die Sie hiermit ausgestellt haben. Aber Sie dürfen auch jemanden grüßen in unserer Sendung. Wen möchten Sie denn grüßen? Ich grüße das gesamte Publikum und die Fans von Heidi Kabel und dem Unser Theater. Und musikalisch haben wir auch was mit Heidi Kabel vorbereitet. Erinnerungen an Heidi Kabel. Hier sehen Sie die schönsten Bilder. Bitteschön. Ein Seemann, der liebt seine Meere und fährt immer wieder hinaus. Wenn das einmal nicht mehr so wäre, dann wär's mit der Seefahrt wohl aus. Ein Seemann, der liebt jeden Hafen und jede Kaschemel am Kai. An Land sollen die Landratten schlafen. Die Nacht ist doch so schnell vorbei. Heio, heio, ein Seemann an Land, der wird niemals froh. Heio, heio, das ist und das bleibt immer so. Heio, heio, ein Seemann an Land, der wird niemals froh. Heio, 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 das ist und das bleibt immer so. Die letzte Fahrt, die kommt für alle. Für'n Seemann, für dich und für mich. Für'n Seemann gilt in jedem Falle. An Land sein, das will er dann nicht. Heio, 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 ein Seemann an Land, der wird niemals froh. Heio, heio, das ist und das bleibt immer so. Jetzt habe ich hier die Starfotografin von Heidi Kabel, Marion Schröder, auch schon bei mir in der Sendung gewesen. Du schreibst für viele Blätter, neue Blatt, neue Post, was es da alles gibt. Und seit 1978 begleitest du Heidi Kabel. Ja, journalistisch und fotografisch. Und wir sind natürlich dann auch befreundet gewesen im Laufe der Zeit. Du hast sie seit 1978 begleitet auf vielen Touren. Was ist dir besonders aufgefallen an Heidi Kabel? Warum war sie so ein besonderer Mensch? Als Schauspielerin ja sowieso, aber als Mensch war sie besonders. Weil sie auch immer an sich sehr zurückgenommen hat und immer an andere gedacht hat. Immer an andere. Wir waren zum Beispiel in Kochel zusammen, als sie Heidi und Ernie gedreht hat. Und da war ein Wochenende. Und dann hat sie gesagt, was ist hier mit den Blumen? Wer gießt die Blumen? Oder da war ein Koch, der hatte Hunde dabei. Haben die auch Futter und so. Also sie war immer, sie hat immer an andere gedacht und abgesehen davon, dass sie eine tolle Schauspielerin und toller Mensch war. Also hat sie, das fand ich immer ganz prima. Jetzt haben wir demnächst wieder den Gospel-Tag. Du warst im letzten Jahr auch dabei. Am 22. Januar ist es wieder soweit. Dann heißt es Gospel-Tag in Hamburg. Viele Gäste sind dabei. Gottfried Böttger wird dabei sein. Aber auch tolle Afro-Chöre, die sozusagen Gospel zum Besten geben. Aber es wird auch Katie Kelly dabei sein. Und da bist du ein besonderer Fan zu. Du hast auch eine Beziehung. Auch seit 1978, als die das erste Mal in Hamburg waren mit den Bussen, in diesem kalten Winter, 78, 79, habe ich die zum ersten Mal fotografiert mit der Familie. Und seitdem sind wir eigentlich befreundet. Und ich habe ganz, ganz viele Fotos auch von früher noch mit der Mutter. Und da bin ich ganz stolz drauf, dass ich die noch im Archiv habe und auch noch mit vielen von der Kelly-Familie befreundet bin. Und wenn wir uns sehen, freuen wir uns sehr, dass wir uns treffen. Dann spielen wir jetzt einen Gospel-Titel vom Gospel-Tag vom letzten Jahr. Und du darfst noch jemanden grüßen. Ich grüße Tina Benz. Das ist eine Freundin von mir und eine Sängerin, eine Mezzosopranistin, die in Eutin lebt und mit der ich ab und zu zusammenarbeite und eine ganz tolle Sängerin ist. Kann ich bestätigen, nichts mehr hinzuzufügen und Musik ab. Ja, hier sieht man die Bilder, meine Damen und Herren. Ich sehe nicht dreifach jetzt, meine Damen und Herren, sondern die drei sind Drillinge, richtig? Nein, das ist nicht richtig. Meine Schwestern sind Zwillinge. Ich habe den Platz für mich allein beansprucht. Und die Dame kennen Sie sicherlich, wenn Sie die Bilder sehen, die Herr Marköhn am längsten beim Ohnsorgtheater von dem Dreiergespann. Seit 1968, glaube ich. Seit 1968. 1967 im November habe ich ein Stück dort gespielt. Da war ich Schauspielschülerin und als Gast am Ohnsorgtheater. Und dann sagte Hans Mahler zu mir, wenn Sie fertig sind mit Ihrer Ausbildung, dann kommen Sie doch mal wieder. Und das habe ich gerne getan und bin bis 2000 auch im festen Ensemble gewesen. Seitdem bin ich frei und als Gast kehre ich aber immer wieder gern ans Ohnsorgtheater zurück. Man kennt Sie von den vielen, vielen Stücken, die Sie gespielt haben auf Hochdeuer und Plattdeutsch. Wie viele Stücke waren es in etwa? Oh, ich bin nicht so ein Mitzähler, aber es müssen weit über 100 gewesen sein. So 120, schätze ich mal, werden es wohl sein. Und Ihre beiden Schwestern haben auch gespielt. Wie viele Mal waren Sie dabei? Ich war nur zweimal dabei. Chip Obstrand und in dem Musical von Fischer und seiner Frau. Da haben wir allerdings alle drei zusammengespielt. Also mein Mann war auch noch dabei, das war die ganze Familie auf der Bühne. Und Sie haben sozusagen auch natürlich am Ohnsorgtheater gespielt. Wie viele Mal waren Sie dabei? Ich würde schätzen vier bis fünf Mal. Welche Stücke waren das? Auch im Fischer und seiner Frau, dann auch bei Chip Obstrand und das Weihnachtsmädchen Prinzessin auf der Erbse. Dann das Einzige, was Helga Vettersen auch gespielt hat. Der Möbel der Herr, da war ich dabei. Und Lünken sind Oogmenschen. Wunderbar, das ist ganz toll. Ja, die Dreierkömen kann man sagen. Ja, das ist so. Wir sind drei Schwestern und wir verstehen uns sehr gut. Und dann sind wir auch gerne zu dritt unterwegs in Hamburgs Theatern. Jetzt etwas Persönliches zu Heidi Kabel. Was war die besondere Anekdote, die Sie mit Heidi Kabel erlebt haben? Eine Anekdote fällt mir so furchtbar schnell jetzt gar nichts zu. Ich habe viele schöne Rollen an ihrer Seite gespielt. Nachdem ihre Tochter das Theater verlassen hatte, rückte ich so auf in die Position der Töchter- und Schwiegertöchterspielerin. Und ich habe mit großer Freude mit ihr gespielt. Und sie hat mir auch sehr viel Sympathie entgegengebracht. Und daran erinnere ich mich sehr, sehr gern. Was war das Besondere bei Ihnen? Haben Sie ein besonderes Erlebnis gehabt mit Heidi Kabel? Nein, leider nicht, weil sie in den beiden Stücken gar nicht mitgespielt hat, in denen ich nun dabei war. Persönlich kennengelernt haben Sie sie natürlich, das ist ganz klar. Und was war das Besondere bei ihr? Was fanden Sie so das Besondere? Das Mütterliche oder was kam besonders gut rüber? Herzlich. Sehr, sehr herzlich. Warme Ausstrahlung, sehr diszipliniert, immer freundlich. Ja, also Anekdoten eigentlich nicht. Die passten auch irgendwie gar nicht zu ihr. Sie war kein Mensch so privat für Anekdoten. Sie war zurückgenommen. Sie war Dame. Eine ganz persönliche, wunderschöne Erinnerung habe ich an sie, als meine Enkelin geboren wurde. Und sie hat ja fünf Enkelsöhne. Und sie war also ganz entzückt, als ich sage, Heidi, ich bin Großmutter geworden, ich habe eine Enkeltochter. Oh, Herr, wie schön. Ein Mädchen. Komm, kauf ihr ein Kleidchen von mir. Das ist schön. Dann danke ich Ihnen recht herzlich. Viel Spaß noch bei der Ausstellung. Sie hören Musik mit Bibel TV. Und wir haben jetzt für Sie noch einen musikalischen Titel, einen Gospel-Song. Hier kommt was von Bill Gater. Ja, Zwei-Tage-Show, Gesichter, die das deutsche Publikum kennt. Dagmar Berghoff, herzlich willkommen. Dankeschön. Und Willem Wieben, herzlich willkommen. Dankeschön, danke. Wie gefällt euch die Ausstellung? Also ich finde es erstmal fantastisch, dass sich Menschen bereit finden, Fans wahrscheinlich, ehemalige, ganz normale Fans, die dann angefangen haben zu sammeln und wirklich akribisch zusammengefügt haben hier. Es gibt ja auch noch ein Garderobe von ihr zu sehen aus Stücken, ganz viel aus ihrem Leben. Also ich bewundere das sehr. Es ist, glaube ich, sogar schon zum zweiten Mal, auch im letzten Jahr fand es, glaube ich, statt. Also zum zweiten Mal, dass diese große Ausstellung stattfindet und sie gibt einen guten Überblick. Was sind die Eindrücke, lieber Willem Wieben, von Ihnen? Naja, das, was hier mich so dankbar stimmt, ist, dass das, was hier gesammelt ist, natürlich in mir wieder viele Erinnerungen weckt. Und nicht, dass ich einige Gesichter vergessen hätte, aber man hat sie nicht jeden Tag parat. Und plötzlich staunt man und sagt, ach, guck mal, da ist der, da ist die. Mit der habe ich damals so geredet, mit dem habe ich so geflaxt oder so etwas. Da ist natürlich auch ein kleiner Tropfen Wehmut mit dabei. Die Zeiten haben sich, sie sind weg, nicht? Die Menschen sind nicht mehr da. Ihr seid ja beide gelernte Schauspieler, ist das richtig? Ja, das stimmt. Und wie sieht man die Schauspielerin Heidi Kabel so als Kollegin? Auch als Kollegin, das darf ich mir gar nicht anmaßen, weil ich habe nur so ein bisschen geschauspielert. Sie war wirklich eine grandiose Schauspielerin, die ihre Rollen vollkommen erfüllt hat. Wenn sie da auf der Bühne war, dann war das ein Mensch und nicht eine Rolle. Also sie war einfach fantastisch. Die schönste Anekdote, die du erlebt hast mit Heidi Kabel, gibt es da eine, so aus dem Stegraff, wo du sagst, das fand ich ganz besonders beeindruckend? Also ich fand beeindruckend, wir haben ja jedes Jahr Silvester mit Friedhelm Mönter zusammen Silvester gesendet, von 8 Uhr abends bis 1 Uhr nachts. Und Heidi, da war sie schon nicht mehr am Theater, kam und kam nicht normal, sondern kam in einem Abendkleid, weil es war doch Silvester. Und richtig hochgestylt und schick aufgemacht saßen wir da und wir waren auch ganz nett angezogen. Aber sie im schicken Abendkleid, das fand ich so grandios, das war toll. Gibt es eine Anekdote bei Ihnen, Herr Wieben? Anekdoten habe ich nicht, was Heidi Kabel betrifft. Ich habe sie immer nur gern getroffen, sie mich offenbar auch. Und was das Schöne an ihr war, sie hat, oder umgekehrt, ich habe sie hoch respektiert und sie hat auch unsere Tätigkeit. Sehr respektiert. Sie wusste sehr wohl, was da jemand für eine Viertelstunde leisten musste. Das glaube ich. Wir sind bei Bibel TV, eine Grußsendung. Henning Röhl, den kennst du ja besonders auch gut, war, glaube ich, mal Redaktionsleiter bei dir. Das war unser Chefredakteur von der Tagesschau über viele Jahre, ich weiß gar nicht wie viel, aber dann sage ich mal. Aber hochgeschätzt, ja. Ja, also sage ich mal, lieber Henning Röhl, also alles Liebe für Sie und toi, toi, toi weiterhin für Bibel TV. Ja, und ich glaube, den schließen Sie sich an. Lieber Herr Röhl, ich grüße Sie ganz herzlich, alles Gute für Sie. Immer im Programm, Henning Röhl, wir danken recht herzlich und machen jetzt ein bisschen Gospel-Music, denn die gibt es bei Bibel TV. Schön, freuen wir uns drauf. Ja, und wir haben uns noch einmal kurz hier vor Heidi Kabel sozusagen verneigt, die Büste hier zu sehen. Wer hat die eigentlich kreiert? Das hat eine Künstlerin gemacht, die heißt Johanna aus Hamburg. Und die kennen Sie auch schon ein bisschen näher? Die kennen wir sehr gut und sie war gleich bereit, für die sehbehinderten Menschen diese beiden Bürsten anzufertigen. Werden Sie mit der Ausstellung noch weiter unterwegs sein oder ist das einmalig? Diese Ausstellung wird wahrscheinlich einmalig bleiben, außer es würde sich jemanden finden, der eine Dauerausstellung daraus macht. Dann wünschen wir Ihnen viel Glück. Dankeschön, meine Damen und Herren, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Nächsten Montag sehen wir und hören wir uns wieder auf Bibel TV, Ihrem Lieblingssender. Bis zum nächsten Mal. Sag tschüss, Andreas Ellermann. Nicht Lagerfeld habe ich jetzt hier, aber man könnte fast sagen, in der Kategorie ist er zu Hause. Herzlich willkommen, Jürgen Hartmann, der Star-Mode-Designer von Hamburg. Vielen Dank. Freut mich sehr. Das kann man sagen. Ja, doch, doch, das stimmt schon. Und ja besonders in der Beziehung zu Heidi. Du warst ja der engste Freund von Heidi Kabel und hast für sie auch alle Kleider kreiert. 40 Jahre, ja. Und die Kleider, gab es da eine Besonderheit, wo du gesagt hast, das passte zu Heidi ganz besonders gut? Ach, am Anfang schon. Nachher hat sie mich nur angerufen und hat gesagt, du, die und die Veranstaltung, was kann ich da anziehen? Und so hat sich das eigentlich alles entwickelt. Ihr wart auch zusammen im Urlaub in Abernohm? Viel, 18 Jahre, ja. Und wie waren die Urlaube so? Was kannst du eine Anekdote erzählen unseren Fernsehenszuschauern? Doch, doch, also wir sind da meistens mit dem Auto zurückgefahren und dann Schlafwagen und dann ist ja Heidi mit ihren drei Musketinen in ein Abteil gegangen, ein doppeltes Abteil. Und die Schaffner waren immer völlig sprachlos. Frau Kabel und drei in Bett. Dann hat sie Bockbus spendiert, dann gab es weiter und das war einfach der Anfang unseres Urlaubs. Die große Zeit von Heidi Kabel hast du miterlebt. Meinst du, dass einer noch diese Popularität in der heutigen Zeit im Volkstümlichen erreichen kann? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Die Zeit ist einfach vorbei. Und Stars wie Heidi, die Persönlichkeiten, die gibt es heute nicht mehr. Wir vielleicht wachsen wieder welche rein. An unsorgen sind ja einige, die das Zeug dazu hätten. Aber ich glaube, das Publikum ist nicht mehr bereit. Weil Heidi war, sie war eben Heidi einmalig. Einmalig. Hier haben wir ein Kleid, das hast du kreiert. Zu welchem Geburtstag? Zu Geburtstag gewesen, ja. Ich könnte fast sagen, Dinner for One Kleid, ne? Ja, so in etwa. Ich glaube, bei Jakobs hat sie die noch gefeiert. Da ging es auch mit ihr noch ganz gut. Wie lange braucht man, um so ein Kleid herzustellen? Zwei Tage. Das geht so ruckzuck bei dir. Du, die Maß habe ich ja im Kopf. Nach so und so vielen Jahren hat man eigentlich alle Pluspunkte und alle negativen Punkte. Oder Minuspunkte. Negative gab es gar keine. Beide, nicht da. Jetzt darfst du einen Gruß abgeben. Wen möchtest du grüßen für unser Wunschcenter? Och, meine Belegschaft, die freuen sich garantiert, wenn sie es sehen, nicht? Ich habe gehört, Gospel-Music machst du auch besonders. Das mache ich sehr, sehr gerne. Dann erfüllen wir dir hier einen schönen Gospel-Song auf Bibel.tv. Das ist wunderbar, danke.